Ich heiße Alexander Müller, komme aus Hamburg und mein Kerngeschäft ist noch zurzeit Taxenbetrieb und parallel baue ich jetzt mit Leidenschaft und voller Kraft Amazon Online-Handel. Genau, warum mit Butros und mit Zeller-System? Ganz einfach. Ich habe 2020 angefangen mit dem Online-Handel und war der Meinung, dass man mit dem kostenlosen Input und so weiter dieses einfaches Modell wuppen kann und habe dann nach dreiviertel Jahren derben Verlust und derben Enttäuschungen Reißleine gezogen. Und da stand für mich die Frage, entweder stelle ich das Ganze ein, weil ich konnte nicht so viel Geld immer hinterher oder mitbringen, um das Ganze weiter noch zu tragen oder ich brauchte einfach professionelle Coaching-Betreuung. Und das hat sich so ergeben, durch Empfehlungen kam ich dann auf Butros zu und habe das nie bereut. Also das war die beste Entscheidung, was ich machen konnte und würde auch jedem empfehlen. Nicht erst mit dem kostenlosen. Also das Geld, was ich da versenkt habe, einfach für Fehler, für dumme, falsche Entscheidungen, hätte ich lieber sofort für den Kurs ausgegeben, wäre ich günstiger und viel weiter schaue. Ich bin immer noch, wie gesagt, wir sind jetzt 2023 und ich bin immer noch die Scherben, die Fehler, die ich damals gemacht habe, beim Aufzuräumen. Aber es geht gut voran. Ich habe mich für Amazon entschieden, weil Amazon ist eine Maschine. Amazon ist ein System, das Kunden hat und es geht nun mal um Kunden. Wer den Kunden hat, hat die Macht, hat Potenzial, dir die Möglichkeit zu geben. Amazon hat diese Logistik, FBA. Amazon hat Strukturen und alles sehr gut organisiert. Das nimmt uns einfach in kleinen, normalen Händlern unglaublich viel Arbeit und ermöglicht, Sachen zu machen, die vor einigen Jahren fast undenkbar oder sehr komplex, sehr teuer wären. Also Amazon ist mit Abstand immer noch, ich habe tatsächlich versucht über einen eigenen Shop, über Ebay und Shopify. Es hat nichts gebracht. Es hat nur Geld gekostet, es hat nur Arbeit gekostet und es hat nur Stress gekostet. Es hat nichts gebracht. Ich habe da nichts verkauft, außer Arbeit und Geld reingestellt. Und nur über Amazon läuft das. Ich muss auch dazu sagen, Amazon ist komplex, man muss sehr viel lernen, dafür sind wir da. Aber nachweislich, wenn man das Verstand hat, wie es geht, dann wird man Erfolg haben. Da glaube ich ganz fest daran. Dafür bin ich hier. Ich habe leider, bevor ich in den Kurs kam, viel zu viel Geld ausgegeben, auf Anhieb 30.000 rausgehauen und fast 20 Produkte. Und weil meine Intuition, meine Kenntnisse und so weiter sollten, wie gesagt, ich habe das viel einfacher, viel schneller und viel leichter vorgestellt. Nachher wurde ich belehrt, dass es doch nicht so easy peasy. Und ich habe nur Müll gekauft, ganz einfach gesagt. Und dieses Müll verkaufe ich per ab und da mache ich keinen großen Gewinn. Es geht nur um Schadensbegrenzung, dass ich das Geld wieder rausholen oder überhaupt das Ganze verkaufe. Und jetzt mit dem jetzigen Wissen, ich bin ja bald fertig, in ein paar Monaten bin ich quasi clean, wieder aufgeräumt und sammle ich langsam Geld wieder rein. Und dann starte ich mit dem jetzigen Wissen, mit dem jetzigen Erfahrung, langsam, strukturiert, mit Begleitung und akkurat wieder los. Wie das eigentlich sein sollte, zu wiegen. Aber gut, ich wusste damals nicht besser. Warum Amazon FBA? Weil Amazon FBA ist einfach, also groß. Du hast da über 40 Millionen Kunden. Einfach, mit Logistik, mit Werbung, mit Produkten, Präsentationen und so weiter. Einfach bedeutet nicht leicht, aber es ist einfach. Bedeutet nicht leicht. Habe ich notiert noch heute in meinem Buchlein. Aber es bietet sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und wenn man weiß, wie es geht, und dafür habt ihr diesen Superkurs gebaut, diese Begleitung, dann weiß man, wo sind die Abkürzungen, wie das funktioniert. Und Amazon ist eine riesige Plattform, die einfach bündelt Kunden und gute Seller und überwacht noch das Ganze, damit das Ganze viel akkurat und sauber zugeht. Und damit gibt es uns die Möglichkeit, einfach viel sauber und akkurat richtig durchzustarten und Geld zu verdienen. Also höchstwahrscheinlich, also wie wäre mein Leben jetzt ohne Botruss und Team, wahrscheinlich, also viel länger hätte ich nicht diese Verluste hinnehmen können. Wahrscheinlich hätte ich das stillschweigend eingestellt, das Ganze. Und jeder, der das mitbekommen hat, hat gesagt, ja, das ist doch nichts für mich. Und das ist alles so kompliziert und so. Wettbewerbsintensiv und so unfair und das ist alles irgendwie nichts für mich. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, aber dadurch, dass ich tatsächlich sehe, dass da etwas passiert, und zwar, ich habe auch den beiden gestern gesagt, das ist schon sehr stark, was aufgebaut wurde, nicht nur mit dem Kurs, sondern auch mit Begleitung danach, mit diesen Live-Calls, das sind top Leute mit starkem Background. Und da wird nicht einfach hin und her gequatscht, sondern tatsächlich Tipps gegeben, Abkürzungen gegeben, gelernt, Updates und so weiter. Das ist eine unglaubliche Hilfestellung. Und die geben mir jetzt einfach Chance, also wieder Chance, Hoffnung und tatsächlich Ziele, jetzt richtig zu machen. Das will ich auch. Wem würde ich das empfehlen? Und jeder, der über den Weg läuft und Interesse hat und zeigt, sage ich so, bevor du das zigtausendste Rad wiederfindest, spare dir das Geld, spare dir die Mühe, spare dir die wertvollste, was wir auf dieser Welt haben, die Zeit. Zahl dieses Geld, was du sowieso ausgeben würdest für deine Fehler, für deine falschen Entscheidungen, für deine falschen Produkte und so weiter. Gib dieses Geld lieber in eine sinnvolle Richtung. Das spart dir viel Arbeit, viel Stress, viel Geld und so weiter. Und dann bist du viel schneller, viel entspannter und strukturierter durch dein Wissen. Und dann hast du viel schneller Spaß, viel schneller Freude und deine Ziele. Ich beschreibe das Amazon-Seller-System mit allem Drum und Dran, also mit einem Schlagwort über Kompetenz, wirklich Kompetenz. Also ich sage es immer ganz offen, also ich bin der Meinung, das ist im deutschsprachigen Raum mit Abstand das beste System. Es gibt ein paar andere Anbieter, aber keiner kann das Wasser reichen, was die Jungs hier aufgebaut und immer noch halten, in diesen Dimensionen, diese Qualität. Und deswegen würde ich einfach als Kompetenz. Wie ich heute im Seminar führen, super, super. Ich bin schon länger dabei und ich kenne ungefähr 80, 90 Prozent. Aber diese 10 Prozent, Beispiel, diese Inspiration, und ich habe super Kontakte hier geknüpft. Also ich bin jetzt Leuten tatsächlich real begegnet, die ich nur irgendwo online gesehen habe und mit denen wollte ich schon immer so ein bisschen persönlich mehr austragen. Jetzt haben wir tatsächlich uns begegnet, haben gehen, kennen gelernt, Visitenkarten ausgetauscht. Wir werden definitiv jetzt mehr im Hintergrund machen. Ich habe ja ein paar Schwerpunkte, ein paar Fragen. Und das ist natürlich immer eine tolle Sache, wenn man sich nicht nur die Anfänge anguckt, wo man ein bisschen Spiegel hat, so war ich vor zwei Jahren, und wo man ganz naive Fragen stellt. Und wie viel ich schon heute weiß und kenne, plus diese wertvollen Kontakte und Begegnungen und natürlich Inspiration und Antrieb. Also ich bin nach solchen Seminaren oder Fortbildungen immer wirklich motiviert und dann hält einige Wochen richtig, richtig Power. Es gibt natürlich immer gewissen Impulse, auf jeden Fall. Und wie geht es schon, wo man kann, Vielen Dank.